Musik Liebe Motorradfreunde, wir zeigen einen Film über den Taunus, über Braunfels und den Gasthof am Turm. Wir, das ist meine Christa, unser Chef Oskar und ich, der Richard Böhm. Wir sind Partnerbetrieb der Biker Connection, auch Gründungsmitglied selbst einer mittlerweile zwölf Jahre alten Kooperation Motorradfreunde Jochenfels. Hier stehen wir an unserer Terrasse, dem besten Stück, mit dem Blick auf dieses wunderschöne Ensemble alter Fachwerkhäuser, alle aus dem 17. Jahrhundert. Hier sind wir im ersten Stock unseres alten Gemäuers, wie in einem kleinen Museum. Von hier aus geht es weiter in die insgesamt elf Zimmer, die wir im Haus zur Verfügung haben, mit einschließlich Aufbettung, maximal 24 Betten. Wir haben aber auch noch zwei Ferienhäuser, in denen jeweils bis zu zehn Personen Platz finden können. Musik Musik So, jetzt kommen wir zu dem Wesentlichen und zu etwas ganz Besonderem. Das Wesentliche, das sind die Kurven im Taunus und das ganz Besondere, das ist das Erinnerungsfoto, verbunden mit einer Führung durch das Schloss. Musik Jetzt sind wir in unserem 750 Jahre alten Schloss, in der Soldatengasse. Hier werden die Erinnerungsfotos mit dem Motorrad gemacht. Musik 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 Ja, wir haben euch mal ein bisschen was von aus unserer Gegend vermittelt. Jetzt sind wir gleich wieder zu Hause. Und was macht man nach der Tour? Gut essen und trinken. Auf geht's! Das ist unser größter gastronomisch genutzter Raum, unser Kalle-Männer-Saal. Sowohl für Feiern geeignet, als auch dann, wenn wir viel Betrieb haben. Außerdem haben wir noch einen zweiten Raum, der fast etwa 35 Personen, dieser 100. Und natürlich unsere Kneipe. Zum Wohl! Untertitelung des ZDF für funk, 2017